Gutenberger! Und da gibt es eben das Wege zum Wohnen? Ja, das kenn ich. Da ist es buff, oder? Ja, naja, so. Keine Ahnung, da gibt es nichts. Du kannst dann alle 5 Uhr zum Erich sein, Häuschen. Ja, das ist Sonnenstraße, oder? Blumenkasten. Heißt, Sonnenweg, oder was wohnt da? Ja, da bin ich früher immer runtergerannt, wie das noch ein freies Grundstück war. Ja, aber der hat es trotzdem so gelassen, dass man eigentlich noch nicht so richtig viel sieht. Welches war denn jetzt dein? Das 16er, oder was? Das 18er, der ist da. Ah, der ist da. Vorher, wenn ich da vorbeifahre, denke ich noch, der Bus da in der Richtung, vor den Grünen, ja. Ein Bekannter von mich, hat sich gleichzeitig mit ihm das Häuschen gekauft. Mhm. Da haben sie immer so geschaut, auch nach dem Ondern, gell? Aber er hat dann schon gesagt, nein, jetzt gefällt mir schon viel besser. Das war der Nachbar, der Kremer. Ach so, ah ja, Kremer, das sagt er alles. Jetzt fuhren wir oben und wir pizzen vorbei. Normalerweise fuhren unten, weil ich muss nicht unbedingt beim Pizzen immer vorbei zischen. Vor allem im Summen, wir sitzen gleich heraus. Warte, warte, warte.